Aber man kann gut leveln hier, das ist richtig. Du bist ein ganz schlimmer Finger. Oh, I am. Motherfucker, I am. Nein, ich wollte eigentlich kurz an die vorbei. Ich würde nur schauen, ist da drüben noch wer und warum? Nein, mit... Ist hier noch irgendwas im Eck oder? Nee, okay. Dann würde ich sagen... Würde ich sagen, ich bin eingeschwommen und nun bin ich müde. Ich meine, sind die ganzen Tag... Schwimmen die da im Wasser? Das ist ja unglaublich. Also ich würde nach 30 Minuten Schluss machen. Untergehen und Abgang. Visa-Floa, bitte. Show this motherfucker what is a hake. Genau, jetzt noch Härten, du kannst mich mal. Warum hat das nicht gereicht? Na, vielleicht Zufall, man weiß es nicht. Vielleicht soll ich noch lieber Rasierblatt nehmen. Vielleicht ist das Rangieb nicht so heftig. Ja, okay. Test. Rasierblatt und... Wenn es dick ist, dann setze ich Rasierblatt. Oh, okay, es war ein Crit, es zählt nicht. Also, Volltreffer. Weißt du, da hasse ich mal und dann willst du überhaupt keinen Volltreffer. Ist rasiert gerade ein Auto Crit oder was? So, jetzt reicht es mir erstmal Toxin. Das wollte ich nicht, aber so, Rasierblatt jetzt. Und dann die falsche Taste drücke. Ich bin ein Held. So, Rasierblatt und... Okay, es ist also automatisch ein Volltreffer von mir aus. Ich weiß es nicht. Vielleicht trage ich auch ein Kleblatt mit mir rum, was weiß ich nicht. Noch ein Stern, du. Ja, ich bin total herausgefordert. So, jetzt mache ich es nochmal. Jetzt will ich nur... Jetzt wollte ich... Händert ausgesetzt, okay. Erstmal Riesblatt auf eins. Das wollte ich machen und ich wollte lesen, was sie da gesagt hat. Tschüss, Sternu. Hat mich sehr gefreut. Oder auch nicht. Schönheit. Ich bin am Ende in meiner Kraft. Und klinge sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Nein. Oh, jetzt Tentara Level 5. Wirklich? Ich lasse mich doch nicht... Für 75 EP. So, wo ist mein Superschutz? Danke. Da ist noch ein Trainer. Das sind auch gehen. Zwei Trainer haben wir noch. Die Seeschauen-Inseln sind ein stiller Zufluchtsort. Deswegen lassen sie direkt kämpfen. Merkt er selber. Seemon. Naja, endlich mal was Interessantes hier. Ich sage, danke bitte und Elektro-Titel oder was? Zack, Wiedersehen. Seemon wird mit Laub beschmissen. Natürlich ein Volltreffer. Das Ding hat doch Krit-Chance von 90% oder was? Seepaar. Gott, das kennen wir jetzt inzwischen. Noch ein Seemon. Nochmal Level 30. Nochmal wiedersehen. Und abgarten. Ich muss dann echt mal schauen, wie viel Geld ich habe. Ich rassane heben mega ab. Warum reitest du auf den Pokémon? Kannst du nicht schwimmen? Ich kann nicht schwimmen. Mutti hat es mir nicht beigemacht. Das ist so traurig. Set Storybro. Okay, noch ein Seepa. Kennt man inzwischen. Ist nicht mehr spektakulär. Ich freue mich schon auf die Seeschauen-Inseln. Wenn ich endlich mal wieder gebombst bin, Junge. Wieser-Flauße-Bock auf Level 36. Natürlich hast du Bock auf Level 36. So lobe ich mir das. Ich wurde torpediert. Und dann ruck ich nur ruck ich nur 140 Geld raus. 140 Monaten. Das Wasser ist hier sehr flach. Wie das Witz-Niveau. Klatschen. Wenn ich klatsche, dann geht das Spiel kaputt. Warte. 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 Weil es auch gute Pokémon zum Leveln gibt. So wilde Wasser-Pokémon, ne? Aber. Ich kann dann schlecht was mit Tentoxa Level 5 anfangen. Aurora-Strahl. Naja. Ist effektiv, ja. Aber warum? Weil, 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 weil es ein Gift-Angriff oder was. Ne. Aurora-Strahl ist ein Eis-Angriff, glaube ich. Deswegen zieht es so gut rein. Naja, relativ gut. Warum habe ich es ja Schneider eingesetzt? Bin ich ein bisschen dumm? Vielleicht. Bisschen für den Arsch oder so? Austaus. Oh, ich glaube, Austaus hat man noch nie. Eine Premiere. Austaus. Kommt zu mir. Lass dich zerbomben. Bio. Ich glaube, ich habe heute der Schneider eingesetzt. Unbewusst. Und deswegen. Genau, deswegen habe ich da drei Angriffe gebraucht. Selber Schuld, würde ich sagen. Und die einzige Frage ist jetzt. Platsch. Die einzige Frage ist jetzt. Kommt hier noch irgendwas rein? Die einzige Frage ist jetzt, ob hier ein Pokémon Center ist oder ob ich zurück muss zum Heilen. Oder ob ich überhaupt heilen, weil das ist die andere Frage. Was denn das hier? Seeschauminseln. Da komme ich nicht hin. Warte, da komme ich nicht hin. Da kann es sein. Ich muss nochmal außen rum. Natürlich kann ich auf Schillock surfen. Meine Güte. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ah, zurück schnell. Okay, ich muss da einmal rum. Oder ich muss in die Höhle. Eins von beidem. Das ist jetzt eine gute Frage. Was mache ich? Hm. Hm. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Was ist denn hier drin? Ich schaue einfach mal. Was ist denn hier drin? Sieht nach einer Höhle aus. Und welches Pokémon? Krabbi. Krabbi Level 27. Wasser? Bzw. Wasser. Also nur Wasser oder noch was dazu? Hat das ein Zweittyp? Wenn ja, wer was jetzt merken? Nein, hat es nicht. Hat es nicht. Tschüss, Krabbi. Hier werde ich das Bisa Floor sehr gut. Oder könnte ich Bisa Floor sehr gut leveln. Okay. Ah, hier baue ich Stärke. Okay, okay, okay. Das ist gut, das ist gut. Mal schauen, was ist denn hier so? Fleckmann, hallo? Ja, Bisa Floor, da willst du nicht viel reißen können. Also, bis es hat nur ein normal reißen können, aber okay. Fleckmann, volltreffer. Autsch. Ähm. Ja, Superschutz. Komm. Die Fackeln, ich lage nicht lange und nehme den einfach. Ich habe einen super... Level 96 zu. No, genau. Na, immer noch. Na klar, verwirrt deine Mutter. Verpiss dich. Ich habe doch einen Superschutz eingesetzt. What the fuck? Ich hatte vorher schon einen Superschutz. Das zählt nicht. Keine Ahnung, was es war. Na, jetzt, man. So, also nochmal hoch. Ich darf die Steine schieben auf jeden Fall. Das ist schön. Und ich habe ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, die Steine zu schieben. Also, relaxo. Do it. Relaxo, please. So. Die Höhle-Milie ist ja aber auch neu, oder was? Relaxo. Oh, muss wieder Stärke einsetzen. Nochmal Stärke. Ich, das ist doch nicht wahr. Relaxo, bitte. Komm. Sie fragen nur, will ich hier runter, oder will ich hier runter? Ich weiß es nicht. Was steht hier? Vorsicht, gefährliche Strömung. Oh, bitte nicht. Bitte kein Rätsel. Bitte kein Strömungsrätselspiel. Oh, nee. Tu mir das nicht an Felsen. Können die Strömung vielleicht umlenken. Oh, nein. Wirklich. Ein wildes Zubat. Okay. Level 45. Ja, was geht denn bei euch ab? Pikachu, do it. Oh, verwirrt. Mann. Pikachu, du bist ein dämliches Scheiß-Style. Wirklich. Die Lösung sagt übrigens, ich hab's schon falsch gemacht. Also, die Lösung sagt zumindest, ich hätte es einfacher haben können. So. Kann sein, dass Zubat einfach keinen Bock hat auf meinen Superschutz? Kann das möglich? So, jetzt reicht's. Pikachu erstmal nach vorne. Und dann... Wo geht's denn hier hin? Warte, wenn ich die Surfer einsetze, komm ich zurück, oder was? Die Strömung ist zu stark. Okay. Was passiert? Ich, ganz ehrlich, ich überlege jetzt gar nicht lange. Ich mach's. Ich mach einfach, ne? Zack, zack. So, was passiert, wenn ich diesen Fels hier schiebe? Dann geht's ab ins Wasser. Und hier war ich aber gerade schon. Spiel, please. Der Schutz wird nicht... Oh, nee. Oh, nein. So, jetzt aber. Das ist traurig. Level 45 Zubat gibt halt so wenig EP, weil's... Obla, weil's halt nur die Grundstufe ist. Das finde ich ein bisschen scheiße. Superschutz und los. Wo geht's hier hin und warum? Hier war ich schon, okay. Bam, bam, bam. Bam, 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 dramatic. Das ist schön, ich hab ja auch totale Ahnung, wo ich bin gerade. Das ist das Tollste daran. War ich hier schon? Äh, die Antwort ist ja, nein, vielleicht. Was? What? Ähm. Vorsicht, gefährliche Strömung. Ja, Moment, was, was, was? Loni findet Hyperball, ja, wow. Steine stehen hinten nicht alleine. Auch wenn's kein Stein war, so ein... So ein Platz, aber egal. Das Witzigste wäre, jetzt Schillock läuft weg. Game over. Könnt der Schutz bitte mal ablauflich anschauen, was hier... Ob's hier Wasser-Pokémon gibt? Die Antwort ist nein, gut, dann... Tentara Level 35, wirklich? So, nee, jetzt ist, jetzt ist es mir egal. Jetzt wird gelevelt, was das Zeug hält. Stern U, Level 30, jups. So ein Pokémon noch, einfach nur ein bisschen was mitzunehmen. Ich räche mich an diesen Scheiß Tentara und Tentaxas von vorhin. Ich tue es aus Prinzip, was ist hier? I'm confused. Game please. Jurope? Ja, hallo. Mein guter alter Freund. Ey, Jurope, was geht so? Pikachu hält viele AP, ja gut. Die Frage ist ja, hab ich jetzt schon verloren oder hab ich noch nicht verloren? Äh, nein, Moment, Moment, nein, nicht erst, ich kann's nicht benutzen, ich hab's ja verstanden, ey. Das ist jetzt nicht euer Ernst. So, was ist denn hier? Hier bin ich ja auch gerade runtergefallen. Es wird also ein tolles Rätsel. Okay, gut, für Arctos. Na, ich meine, Arctos kriegst du nicht geschenkt, das ist, glaube ich, klar. Ich könnte doch einfach nochmal rausgehen. Nein. Zack. Und hier war ich vorhin, das ist richtig. Krabbi. Wiedersehen, Krabbi. Also hier kann ich Pikachu sehr gut leveln, das merke ich mir. Da komme ich nicht mehr hin. Och, komm. Das ist doch ein Graus. Warum habe ich keinen Superschutz eingesetzt? Ich weiß es nicht. Warum nehme ich hier einfach ein Fluchtseil? Jetzt habe ich doch welche, also. Okay, ich spiele, wenn du es so haben willst, dann ficke ich dich. Zum, oh, zum letzten Pokémon Center, wirklich. Spiel wirklich, musste das jetzt sein. Dass wir dich an einen schönen Ort bringen können. Natürlich, jetzt ist nicht, ich weiß. Wäre auch zu einfach gewesen, okay. Nächster Superschutz. Kann ich voll... Oh, da habe ich noch einen. Oh, ich habe noch einen. Wenn es so gut läuft, dann habe ich noch einen. Tentacher, nein. Nein, 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 nein. Ich frage jetzt trotzdem, was ist hier? Ich könnte hier nur gegen eine Wassertrainerin kämpfen. Wenn ich das gerade sehe, dann mache ich das doch auch. Dann habe ich die wenigstens weg. Die lassen mich gerne mit den Fischen abtreiben. Äh, mit den Fischen treiben. Schönheit möchte kämpfen. Schönheit setzt T.Loni ein. Passt zu ihr, ja. Verstehen Sie? Na, true. Donner. Do the epicness. This shit is epic, homie. Yusuf an mir. Zum Visa. Nicht Tony, sondern... Autsch. Er hieß... Äh... Luis. Luis, man. Luis. This shit is epic. Okay. Ja, ich habe keinen. 2Bud Level 9. Oh, komm. Das wäre jetzt traurig. Goldbud. Das könnte schon interessanter werden. Dann kriege ich endlich mal EP für diese Wichser hier. Auch wenn der Sprite krass abgefuckt aussieht. Aber egal. Na, 6,59 EP. Gut. So. Hmm. Okay. 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 Okay.